Hallo Herr Thiemann. Hallo Frau Herbst. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz bei der Teacher of the Year-Umfrage unter den Studierenden. Wir sind an der FH Kiel und obwohl die FH Kiel erst seit einem Jahr überhaupt Online-Studiengänge anbietet, haben sie es gleich auf den dritten Platz geschafft. Klasse. Vielleicht können Sie sich mal kurz vorstellen, insbesondere auch welche Fächer Sie unterrichten. Ja, ich unterrichte Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Kiel seit 1993 und vertrete dabei also auch die Fächer Mikroökonomie und Makroökonomie jetzt im Online-Kurs für Volkswirtschaftslehre für BWL. Gut und können Sie vielleicht auch erläutern, was für Sie gute Online-Lehre bedeutet. Ja, womit konnten Sie bei den Studierenden punkten? Also ich denke gute Online-Lehre muss mehr sein als so ein digitaler Selbstbedienungsladen für Studenten. Was Studenten brauchen ist auch so ein bisschen Lebendigkeit in ihrer virtuellen Lernumgebung und da muss man als Dozent immer wieder Anstöße liefern und das habe ich natürlich versucht. Das denke ich ist ein wichtiger Punkt, den ein Dozent in der Online-Lehre anstreben muss, dass also die Motivation an die Studenten übertragen wird und dass sie auch so ein bisschen Begeisterung für das Fach entwickeln. Das geht natürlich alleine durch die digitalen Medien für sich genommen nicht. Also Online-Lehre muss mehr sein als nur das Bereitstellen von Animationen und ähnlichem mehr. Ja, damit haben Sie auch schon gesagt, was so ein bisschen der Unterschied ist. Würden Sie die Online-Lehre der Präsenzlehre vorziehen? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich denke beides ergänzt sich ja auch gegenseitig. Es ist ja inzwischen so, dass diese Lehrformen auch gleichzeitig miteinander kombiniert werden und wir haben ja auch in unserem Online-Studiengang eine Präsenzphase. Also das wäre schon, sagen wir, eine gewisse Verarmung für einen Dozenten, wenn er nur Online-Lehre macht. Aber Online-Lehre ist eine spannende Angelegenheit und man erreicht damit vor allen Dingen Studierenden, die in der Präsenzlehre sonst nicht zu uns kommen würden. Und das sind auch interessante und interessierte Studierende, mit denen macht es Spaß zu arbeiten. Das freut mich. Ja, haben Sie ein besonderes Erlebnis aus Ihren Kursen, was Sie uns berichten möchten? Ein besonderes Erlebnis? Das sind eher mehr so die Kleinigkeiten, die einem da auffallen. Was eben eine Besonderheit ist in der Online-Lehre, so wie wir sie hier bei dem virtuellen Hochschulverbund haben, ist, dass unsere Studis ja eigentlich einem persönlich auch bekannt sind und man sehr schnell auch einen persönlichen Kontakt über das Netz herstellen kann. Das ist ganz erstaunlich, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Und insofern gibt es viele kleine interessante Diskussionen, die man geführt hat und Gespräche über das Netz, über Diskussionsforen, die sich eigentlich so im Präsenzunterricht häufig nicht ergeben. Weil da seltsamerweise, ich hätte es nicht gedacht, die Anonymität etwas größer ist. Studenten können sich da leichter verstecken. Und in der Online-Lehre sind eigentlich die Dinge mehr offen gelegt. Die Individualität wird dort durchaus erkannt, wechselseitig, man kommt gut ins Gespräch. Und das ist immer wieder schön. Ja, und wenn Sie jetzt noch einen Wunsch haben, was Sie verbessern möchten, was würden Sie sich dann wünschen? Ich glaube, dazu ist die Lehrerfahrung, die ich hier habe, in dem Bereich noch zu kurz, um jetzt schon zu sagen, was unbedingt besser gemacht werden muss. Denn da befindet man sich erst noch in so einem Sammeln von Erfahrungen. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja, ich glaube, ich kann selbst noch einiges verbessern und die Dinge sind dann noch ein bisschen im Fluss. Was vielleicht ein Punkt ist, der auf alle Fälle mir eher sorgenbereitet ist, dass Online-Lehre vielleicht von der Hochschulpolitik aufgegriffen wird, allein unter dem Aspekt der Kosteneinsparung. Und dann würde natürlich einiges von dem verloren gehen, was wir zurzeit in unserer Online-Lehre haben, nämlich eine relativ kleine Gruppe, maximal 40 Studierende in so einem Kurs, mit denen man gut arbeiten kann. Und wenn natürlich in der Zukunft Online-Lehre aufgegriffen wird, als eine Möglichkeit Räume einzusparen, Dozenten einzusparen, große Studiengänge darüber abzuwickeln, in der Hoffnung, das wird ja dann auch als Qualitätsverlust nicht so bemerkt, weil die Studierenden sind ja da nicht im Hörsaal. Es gibt keine spektakulären Fotos. Das wäre natürlich schade. Insofern wünsche ich mir, dass diese Art des Unterrichts, wie wir zurzeit führen können, auch weiter bestehen bleibt. Ja, dem kann ich mich anschließen. Und letzte Frage. Gibt es einen Tipp, den Sie Ihren Kollegen in der Online-Lehre geben möchten, für die Betreuung? Also ich glaube, für unsere Online-Studierenden ist es erstens wichtig, dass sie immer Transparenz über so einen Kurs haben, von Anfang an, dass sie also gleich wissen, was sind die Anforderungen, wie sind Termine, wann kann ich meinen Dozenten erreichen. Die Erreichbarkeit als solches ist sowieso wichtig. Man muss sich auf die Arbeitszeiten unserer Studierenden einstellen. Das sind eben andere als bei den Präsenzstudierenden. Wir haben unsere Studierenden im Online-Bereich sind eben eher abends rührig, wenn es ums Studium geht und am Wochenende. Und dazu sollte man natürlich auch als Dozent sich daraufhin einrichten. Und ein weiterer wichtiger Tipp ist vielleicht, um sich die Arbeit selbst einfach zu machen und nicht den Überblick zu verlieren, so weit wie möglich bilateralen E-Mail-Verkehr einschränken. Also wer sich erstmal auf die Schiene begibt, der geht unter. Und da haben wir unter Moodle natürlich sehr schöne Funktionalitäten, die einfach zu bedienen sind und wo man alle möglichen Formen der asynchronen Kommunikation gut mit durchführen kann. Und natürlich auch der Synchron jetzt über diese Videokonferenzen. Das ist natürlich aber dann auch wieder ein anderes Thema. Vielen Dank, Herr Thiemann, für das Interview. Okay, ich danke auch, Pabst.